Und jetzt einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Abend und ein Hallihallo in diesem neuen Jahr mit eurem einzig wahren Warhammer 40 Pay Podcast. Ja, weil du dafür bezahlen musst, dass du ihn dir anhören kannst, ganz klar. Ja, Fun Fact, wir sind ja wirklich so, also muss man ja sagen, im deutschen Raum sind wir ja der wirkliche einzige 40K Podcast, den es auf YouTube gibt. Echt? Habe ich nicht wirklich darauf geachtet, aber if you say so. Ja, also es gibt ja noch andere Podcasts, die sehr cool sind, aber die sind halt alle auf Englisch und im deutschen Raum wirklich mit zwei Leuten, die sich immer wieder treffen und nicht nur so ein Videoformat hin und wieder mal haben. Hashtag Seitenlieb. Ja, da sind wir leider die einzigen. Aber Max, ich weiß es gar nicht, wir gehen in unser zweites Jahr, oder? Ja, denke ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, das ist wie eine gute Beziehung, da weißt du auch nicht, wie lange das schon läuft, ne? Ja, oder wie lange es noch hält. Alter, ich sprach von einer guten Beziehung. Apropos gut, ihr habt uns nochmal zu den Fulgrim und Beziehungsweise Fervus Manus Folgen nochmal ein paar Namen geschickt und es gab einige Kommentare. Also, Rabatz Ratatouille fand ich nicht schlecht. Rabatz Ratatouille? Ja, Magnus der Halbtote. Okay, Magnus, aber Rabatz Ratatouille für wen? Das ist, glaube ich, die Verbeihornung von Reboot Gilliman, aber nicht vom Originalnamen, sondern von Rabatz Gabadon. Ah, okay. Ja, if you say so. Ja, ist okay. Da gab es Fulgrim der Philatiker, Magnus der Halbtote, Lorgavölki. Fulgrim der Philatiker, okay. Ja, Lioner Prell Bonzen und Schlag den Hai Schwan. Den raffe ich nicht. Ach so. Shagatai. Lion L. Jackson. Boris Teft hat geschrieben Warehouse Leprechaun. Wow. Ähm. Leprechaun wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Blondie Gilliman für Sanguinos. Blut. Bobby G. Kennt man ja. Klingt wie ein Darsteller aus Erwachsenem Entertainment. Aha. Ähm. Wat? Johnson, Simba, Perturabo. Ferris. Oh. Frohe Weihnachten. Dir auch. Ja, Alter. Frohes Neues und so. Und jetzt hier Schluss mit dem dreckigen 2023er-Scheiß. Ich hab noch einen Kommentar, was ich sehr, also, by the way, hab ich mich riesig gefreut zu hören, wo ihr uns alle hört und, äh, natürlich auch, dass ihr uns teilweise in Teilen hört, das, das finde ich, also, jemand hat hier geschrieben, ich höre überhaupt das immer auf dem Weg zur und von der Arbeit in den zweimal 15 Minuten Pausen oder gern beim Abwasch, diese Folge 1 und 2, hab ich am 19. 20., 27. und 28. gehört. Also. Okay. Ich weiß es nicht, aber ich bin nicht in der Lage, einen Podcast länger, also, kürzer zu hören als, äh, so. Also, eine Unterbrechung ist okay, aber mehr geht nicht. Ja, kommt drauf an, wie, äh, lange die, ähm, die Pausen sind. Hörst du denn eigentlich Podcasts? Außer uns. Außer uns? Uns? Natürlich jede Folge, nein. Ähm. Tatsächlich wenig in letzter Zeit. Ich höre sehr viele Hörbücher wieder, ähm, weil irgendwie muss ich ja mal mit dem, äh, mit der Horus Heresy durchkommen. Das hab ich lange Zeit nicht gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Aber, äh. Jeder hat mal ne Pause. Hm? Jeder braucht mal ne Pause. Ja, richtig. Ähm, ja, aber aktuell bin ich vor allem bei Hörbüchern. Und ich höre gerade parallel, äh, zwei Hörbücher. Ja, das kann man tatsächlich machen. Eins ist mein Einschlafhörbuch, einfach weil der Sprecher so unglaublich entspannend ist. Ich höre mir gerade, äh, Dune an. Also, den ersten Teil der Bücher. Also, das erste Buch. Da hast du aber was vor dir. Ich weiß, ich hab das schon gelesen. Also, äh, damals auf Deutsch. Mit 18, glaub ich, hab ich das gelesen. Und jetzt hab ich's mir auf Englisch als Hörbuch gehört. Äh, und dieser Sprecher hat einfach ne unglaublich entspannte Stimme. Das heißt, ich höre das immer zum Einschlafen. Das heißt, ich krieg nur die Hälfte von dem Buch mit. So, insofern. Ist ja nicht schlimm, hat man ja schon mal gehört. Ja, eben. Und, ähm, das andere ist halt Old Earth. Hm. Und ich hab da gestern, ähm, so richtige Minds of Moria-Vibes bekommen. Okay. Da gibt's ja eine Szene, wo, ähm, Vulkan mit seinen Söhnen durchs Webway geht. Ja. Wo's so total dunkel ist. Und ich musste da übelst an Gandalf denken. Der halt so, der Fellowship sagt so, ähm, ja, wir müssen jetzt mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Und er sagt, sie sollen leise sein. Und, äh, sich leise bewegen. Und das sagt, äh, Vulkan ja seinen Söhnen auch, weil sie beobachtet werden und was weiß ich. Ich hab da so übelste Moria-Vibes bekommen in dem Moment. Ganz ehrlich, du kannst das ja auch bestimmt irgendwie replizieren, dass dann Vulkan so vorausgeht und sein Hammer so erleuchtet oder so ein Scheiß. Ja, richtig. Ähm, Funfact, uns hat jemand geschrieben zu den Empress Children-Folgen und das, also, ich geh ja nie auf Hate-Kommentare ein, aber den fand ich lustig. Gute Folge, aber zu viele Spoiler. Bruder, wir sind ein Lore-Cast. Digga, ja, also, wie sollen wir über Lore reden, ohne zu spoilern? Also, weißt du, das Ding ist, wenn du im amerikanischen Raum vor jedem Scheiß warnen musst, okay, die Leute sind einfach zu blöd dort scheinbar, ne, wenn du auf die, äh, Beschreibung an der Mikrowelle schreiben musst, dass du keine Kleintiere da reinstecken sollst, dann muss ich davon ausgehen, dass die Menschen dort dumm sind. Und in Deutschland gibt's so etwas, das nennt man dort Common Sense, also, ähm, ja, genau, ne, dass du halt selber denken kannst. Und das setzt man halt bei uns voraus, dass du eine gewisse Grundintelligenz an den Tag legst und dir deswegen klar ist, dass wenn du einen Lore-Cast hörst, du Lore zu hören bekommst und Lore halt auch Spoiler sind, wenn du dazu noch nichts dir angelesen hast. Ach, aber, okay, okay, ich spreche hiermit die einzige Spoiler-Warnung aus, die ich, die es jemals für unseren gesamten Podcast geben wird. Also, Achtung, Leute, falls ihr nur vorhabt, sämtliche Wall-Mach-4-DK-Bücher zu lesen, sämtliche Querverweise, sämtliche Kodizes, ähm, kleinen Karteikarten, Kurzgeschichten, Audiodramen und was es alles gibt. Posts. Ja, das natürlich auch, ne, die sind ja Auspöler. Ähm, dann macht das jetzt und dann kommt ihr wieder. Und dann hat unser Podcast 300 Folgen und wir sind 80. Ja. Aber hey, könnt ihr auch mal. Hey, wir sind mit 80 erst bei 300 Folgen? Äh, naja, wir haben das Projekt, wir haben ja das Projekt dann beendet und haben alle anderen deutschen 40K-YouTuber gefressen. Ah. Und sind zu einem riesigen 40K-Hive-Mind geworden, das das Zentrum unserer Zivilisation bildet, so ein riesen Supercomputer. Natürlich, genau das. Und dann kommen, dann kommen Aliens, was ist der Sinn ihrer Spezies? Sie unterhalten sich irgendwie über eine sehr reichhaltige Geschichte, die aber tatsächlich auf Plastikfiguren im 21. Jahrhundert zurückgeht. Hm. Aber sie scheinen glücklich zu sein. Du, aber, äh, Riesencomputer und sowas, das ist ein gutes Stichwort für heute. Oh Mensch, der hat dunkle Bienen auch. Ähm, du hast ja zwei Themen mitgebracht, ich hab drei dabei. Ja, das heißt eigentlich, du müsstest anfangen, aber, ähm, ich hab keine Ahnung, über was du reden willst, insofern. Ja, aber ich weiß, worüber du reden willst. Ja. Also würde ich sagen, äh, also die Frage ist jetzt, wir können's so machen, du haust eins raus und dann ich zwei kleine, du nochmal eins und nochmal, oder wir teilen das. Ja, komm, wir haben jetzt hier schon mit, ähm, irgendwelchen Riesencomputern angefangen, also fangen wir doch mal mit einem meiner, ähm, ja, Lieblingsthemen an in diesem Universum, tatsächlich. Ähm, das ist ein, weißt du, du kennst doch, wenn du Themen hast, zu denen du kein Skript brauchst, ja? Ja, ich hab vorhin nochmal in den Wiki-Artikel reingelesen und, ja, das ist bei der Vorbereitung gewesen zu diesem Thema. Ähm, um was geht's? Es geht heute um die Standard Template Constructs, zumindest von meiner Seite. Unter anderem. Unter anderem. Und wenn man so über Standard Template Constructs nachdenkt und, äh, ein paar Leute fragt, dass meistens kommt dann irgendwas sowas wie, ja, das sind Baupläne oder vielleicht sogar fällt mal der Begriff Datenbank oder KI und, ähm, aber wirklich so sicher, was es ist, sind sich nicht ganz so viele, weil sie selten drüber nachdenken. Im 40k, also in der jetzigen Zeitlinie, beziehungsweise alles nach dem Age of Strife, also dem Weltenbrand und dem ganzen Mist, der danach kam, ähm, das hat man, das Einzige, was man dort gefunden hat, waren eigentlich nur noch, ja, nicht mal Datenbanken, sondern, ähm, ja, wie, ich sag mal Blueprints, irgendwelche Blueprints für ganz spezifische Dinge. Ja, das ist alles, was man, das ist das, was man im 40k als STC bezeichnet, also als dieses Standard Template Construct, wenn da irgendwas in der Richtung gefunden wird oder so, ähm, dann kriegt der Mechan, oder das Mechanicum, oder das Adeptus Mechanicus kriegt da so einen Haken, dass sich nicht nur der Tisch anhebt, sondern das komplette Gebäude, die setzen da flotten in Bewegung, um so ein paar Blueprints zu kriegen. Das ist aber nur ein kleiner Teil eines STCs, und ich nenne es jetzt STC oder STK, es ist scheißegal, ob du jetzt Deutsch oder Englisch das machst, ähm, ich weiß, es wurde sich aufgeregt, wir sollen nicht so viel Denglisch reden, aber ganz ehrlich, nein, mir doch egal. Richtig, mir egal, also, ich würde es auch STK nennen, insofern ist es mir völlig relativ. Also, was ist das eigentlich? Ein STK ist eine Mischung oder eine Kombination aus einer KI, einer extrem fähigen KI und einer Datenbank. Eine extrem fähige KI bedingt eine extrem unfähige KI. Ich meine, nur mal so, stell dir das mal vor, man hätte irgendwo eine STK gefunden, was aber einfach dumm ist. Kennst du dieses Video von diesem Roboterarm, der sich selbst den Stecker zieht? Was? Muss ich dir mal raussuchen. Ich kenne nur diesen, dieses Kunstprojekt, was dieser Roboterarm, der hat einen riesigen Pinsel, und um ihn herum ist so ein ganz dickflüssiges Öl, und es läuft aus, und er hat die Aufgabe, dieses Öl zu ihm zusammenzukechern, das geht aber natürlich nicht. Boah. Ach, ja, ja, ja. Ey, das ist so, also, dass die uns danach abgeknallt haben, kann ich verstehen. Ja, absolut. Also, eine sehr mächtige KI und eine Datenbank. Was ist jetzt in dieser Datenbank drin? Ja, in dieser Datenbank ist das komplette Wissen der Menschheit auf ihrem Höhepunkt versammelt. Bedeutet jetzt, wir haben das goldene Zeitalter der Technologie, Menschheit ist auf ihrem Höhepunkt, und Menschheit kolonalisiert irgendwelche Planeten. Das Ding ist, naja, die Entfernungen sind ziemlich groß, und du kannst halt nicht immer hin und her fliegen und sagen, ich brauche jetzt nochmal das, und heute brauche ich Brötchen für meine Leute, und jetzt brauche ich übrigens noch ein paar Panzer, und jetzt brauche ich noch Minenequipment, und jetzt brauche ich noch 30 Tonnen Beton. Geht nicht, weil einfach die Entfernungen viel zu groß sind, also musstest du irgendwas entwickeln, mit dem, also entweder musstest du komplett alles mitnehmen, was du brauchst, um eine Kolonie zu errichten, oder Du nimmst Möglichkeiten mit, mit denen die Leute vor Ort, du weißt ja nicht, was auf diesem Planeten ist, auf denen die landen, damit die Leute vor Ort mit den Materialien, die sie dort vorfinden, überleben können. Bedeutet, entweder nimmst du jetzt sehr, sehr fähige, intelligente Menschen, ja, also Spezialisten für, keine Ahnung, irgendwie Bauingenieure und was weiß ich, das Problem ist aber, von denen gibt's halt nicht ganz so viele. Ne, es gibt einen Grund, warum, äh, die Raumfahrtbehörden nicht jeden nehmen, so als Astronaut oder irgendwas zum Beispiel, ähm, weil dafür musst du halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen, etc. Ja, das heißt, du kannst halt, du hast nicht so viele Leute, du könntest nicht so viele Kolonieschiffe auf einmal losschicken. Die andere Möglichkeit ist, du nimmst einfach das komplette Wissen mit und eine KI, die, was, egal, die aus diesem Wissen kann, machen kann, was du in dem Moment brauchst, ja, also, du musst dieser KI einfach nur sagen, ähm, hier, wir sind jetzt auf Planet XY, wir haben hier irgendeine Art von Holz, wir haben hier Granit, wir haben hier Eisenerz, wir haben hier, keine Ahnung, Kupfer, Erdöl, was weiß ich. Und wir würden jetzt gerne das und das bauen. Und dann sagt die KI, okay, lass mich kurz denken, äh, hier hast du einen Bauplan. Und jetzt sagt so der KI, ja, Bruder, mit was soll ich denn das machen? Wir haben überhaupt keine Werkzeuge und, äh, irgendwas, etc. Wir brauchen Werkhallen, etc. Und dann sagt die, gib dir diese KI für alles, was du brauchst, einen Bauplan. In Form von jetzt noch Mologramm oder irgendwas in der Richtung. Also, du kriegst vom riesigsten Panzer, das kann dieses Ding bauen, bis hin zu, keine Ahnung, einer Gärtnerschaufel, ja, kann dieses Teil alles. Das perfekte Messer. Das perfekte Messer, beispielsweise, oder einfach nur ein besseres Messer. Ist ja kein Witz, es gibt wirklich ein SDK, äh, was ja ein Messer rausgekotzt hat. Richtig, und dafür, weißt du, wie viel, ähm, die Rogue Trader oder der Rogue Trader, der das gefunden hat, wie viel der dafür bekommen hat? Ich war in der Folge dabei, deswegen weiß ich's natürlich nicht mehr, kein Plan. Ähm, das, vom Mechanicum hat er ein paar Planetensysteme gekriegt. Systeme, ja, nicht nur einen Planeten, Systeme. Es ist ja auch so, dass die ganzen Panzer vom Imperium auch alles SDK-Blueprint sind. Ja, richtig. Und die meisten davon waren, oder basierten, also die meisten Panzer basieren auf so einem SDK-Blueprint. Und die meisten davon waren halt nicht als Panzer gedacht, am Anfang, sondern, keine Ahnung, als Traktor. Ja, so ein Lehman Russ, ähm, da haben wir halt ein Panzerrohr draufgeklatscht. Aber eigentlich, ja, sollte der einen Flug ziehen. Letztes Mal übertrieben gesagt. Stell dir das bei uns mal vor. Also, ich mein, wir haben ja grad die Traktor-Demos und so in Reisende Zukunft so ein paar tausend Jahre und dann siehst du so einen fucking Fendt mit einer Artillerie hinter sich herziehen. Ähm, ja, genau. Oder du hast halt, du sagst halt, jo, wir würden hier gerne Terraforming machen. Das ist ein Berg im Weg. Und dann sagt halt das SDK, jo, dann bau doch einfach einen Titan. Und das ist kein Scherz. Also, die, ähm, Titanen, die wir heute bei der Legio Titanica halt kennen, das waren Bergbaugeräte. Zumindest angeblich. Also, das ist so das, was man findet. Ich mein, klar, äh, eine Maschine, mit der du einen Berg platt machen kannst, mit der kannst du halt auch eine Hive City platt machen. So groß ist der Unterschied nun auch wieder nicht, ne? Also, du musst da auch nicht mal das Werkzeug oder so ummodeln. Ist ja genau wie Sachen wie Melterwaffen. Melterwaffen sind Bergwerk, äh, Bergwerkzeuge. Also, die sind dafür da gewesen, um irgendwo Löcher reinzubrennen in Berge und da Minenarbeiten zu vollziehen. Also, ja, technisch gesehen ist es halt nur ein Schweißer, x Lichtschwert, x Testosteron und dann Feuer. Ja. Ja, richtig. Gut. Also, wir haben eine KI, mit der man quasi alles machen kann und wir haben eine Datenbank. Das Ding war jetzt, man hat es entwickelt und dachte sich, jo, total geile Sachen. Sache, jeder, jedes Kolonieschiff kriegt so ein Teil mit. Das heißt, man hat für jede Kolonie, die man losgeschickt hat, der hat man so ein SDK mitgegeben. Dann waren die nämlich komplett auf sich alleine gestellt und konnten so auch wunderbar überleben. Klar, wenn du jetzt auf einem Planeten gelandet bist, auf dem nicht mal Sauerstoff vorhanden war, dann ist es halt blöd, ne? Aber die meisten sind auf Planeten gelandet, wo die KI, also aus denen die KI irgendwas machen konnte, dass man überleben konnte. Also, die wenigsten sind irgendwie draufgegangen oder sowas. Also, wir haben jetzt pro Kolonie so ein SDK. Jetzt kann dieses Ding natürlich nicht überall sein. Also, es geht jetzt halt nicht, dass jetzt, keine Ahnung, der Fabrikarbeiter sagt, jo, ich habe vergessen jetzt gerade, wie ich jetzt dieses Teil von meinem Gerät baue. Ich gehe jetzt mal kurz auf die andere Seite des Planeten und gucke mir da die Pläne vom SDK an. Das ist ein bisschen ineffektiv. Richtig, genau, ineffektiv. Also, was macht man? Ganz einfach. Man druckt bestimmte Baupläne aus. Jetzt einfach so salopp gesagt. Man druckt es aus. Und das sind, also, dürft ihr euch jetzt nicht vorstellen, wie irgendwie Sachen auf Papier, sondern das ist schon irgendwas Stabileres, sage ich mal. Die waren übrigens, also diese SDKs waren dazu gemacht, stabil zu sein, robust zu sein. Also, jetzt nicht irgendwie etwas wie so ein iPhone, was aus drei Zentimeter Höhe fallen lässt und es ist sofort komplett kaputt. Nein, da konntest du auch mal einen Meteor draufschmeißen auf dieses Ding und es hat das teilweise überlebt, zumindest. Gut, also du hast jetzt diese Ausdrucke erstellt, damit du, ja, die du halt verteilen konntest unter deinen Untergebenen, sage ich mal. Und diese Ausdrucke, das ist das, um das sich das Imperium heute reißt. Oder das Mechanicum. Diese billigen Ausdrucke. Es geht nicht um die komplette Datenbank. Es geht nicht um die KI an sich. Es geht nur um diese Ausdrucke. Naja, man muss ja halt auch fairerweise mal sagen, also sie hätten schon gern ein komplettes. Natürlich, aber das gibt's nicht mehr. Naja, es gab hier und da, glaube ich, mal ein Vorkommnis. Also, es gab zum Beispiel eins, was dann angefangen hat, einen Körper für sich zu bauen. Ja. In Grey Knight-Romanen, dann durchgedreht ist und dann am Ende ... Also, der Grey Knight hat's besiegt, indem er ihm vor Augen geführt hat, dass es eigentlich schon längst ein Dämon ist, weil das Ding war begeistert vom Chaos. Ja. Ja, lief nicht so. Der gute Gaunt. Ibrahim war's, glaube ich. Ibrahim Gaunt. Der hat auch mal eins gefunden und das hat Man of Iron hergestellt. What? Ja, tatsächlich. Das Problem war, dieses Ding war vom Chaos schon ein bisschen korrumpiert. Das heißt, die Man of Iron waren halt auch nicht mehr ganz so geil, sondern irgendwie korrumpiert und verkrüppelt und weiß, weiß ich. Ich denke mal, das ist auch der einzige Grund, warum er das überlebt hat. Er hat's zerstört. Es gibt dann noch das eine in dem Schiff, was ja mal rausgesprungen ist im 41. Millennium. War das ein STK oder ist das einfach nur eine Schiffs-KI gewesen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich dachte nämlich, das ist eine Schiffs-KI gewesen, die halt so mit ihrem Käpt'n verbunden war, der dann ja gestorben ist, was diese Schiffs-KI halt übrigens traumatisiert hat. Ja, die ganze Crew halt. Ja. Also das weiß ich, dass es da irgendwas war. Okay, da bin ich mir auf jeden Fall unsicher, ob's ein STK hatte, aber es gab auch mal eins, was ... Nee, also ... Okay, nee, stimmt. Das war diese Schiffs-KI, die halt dann im Space Hulk gelandet ist und am Ende sich dann trotzdem abgesetzt hat. Ja. Indem's die Terminator-Rüstung alle überladen hat und so ein Scheiß. Terminator-Rüstung übrigens auch ein STK-Design. Äh, alle ... Also ich sag mal, vom Land Raider, vom Funfact, Land Raider heißt nur Land Raider nach dem Erfinder. Arkenland, der ist nicht erfunden, sondern halt RG-Funden hat, also RG-Erfinder. Ja. Und man muss ja auch sagen, noch mal zu den Man of Iron, äh, es gibt ja diese Theorie, dass die Man of Iron das Chaos gefunden haben, das mal durchgerechnet haben und dann auf den Plan kam, okay, Maschinen sind nicht korrumpierbar in dem Maße, also löschen wir einfach die Menschheit aus. Dass das eine Fehlrechnung war, ist klar, aber, äh, ja, wer weiß. Die Idee war gut. Ähm, ich hab doch so ein paar Theorien, wo eventuell noch STKs bis zum, äh, großen Kreuzzug überlebt haben. Okay. Aber, ja, gibt es ein paar sehr, sehr hochentwickelte Kulturen. Bei den Interrex zum Beispiel dachte ich mir, ja, eventuell. Aber die wurden am Ende zu schnell besiegt für meinen Geschmack. Ja, es war auch schwierig, aber die wurden am Ende zu schnell besiegt. Es gab eine Zivilisation, die ist auf die Iron Hands gestoßen. Die Asporex? Wann ist die Asporex? Meinst du diese, äh, Weltraumnomaden? Ja. Das waren die, die Asporex. Bei denen bin ich der Meinung, dass die, äh, eine STK hatten. Einfach aufgrund der, äh, wie weit die entwickelt waren und was die denen für Widerstand geleistet haben. Also, es gibt so ein paar, ähm, Kulturen. Vor allem, ich sag mal so, vor allem die menschlichen Zivilisationen, von denen man in den, äh, in den, äh, Romanen des großen Kreuzzugs halt liest. Ähm, die halt erwähnenswert genug waren, weil sie so viel Widerstand geleistet haben. Da frage ich mich aber eins beim Diasporex. Also, ich würde beim Diasporex in der Hinsicht nicht mitgehen, dass sie eins hatten. Äh, also. Haben, sondern hatten. Ja, genau. Wie beim Interrex, weil das Ding ist halt, also, sie müssen ja alle mal eins gehabt haben, aber ich denke zum Beispiel, die Diasporex werden nicht immer Nomaden gewesen sein. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass gerade der Verlust ihres STKs sie nomadisch gemacht hat und sie so eng mit Xenos zusammengebracht hat. Oder, dass sie halt, äh, das, äh, ihr STK zurücklassen mussten. Das kann ich mir auch vorstellen. Irgendwas war und sie mussten es zurücklassen. Das können, und das Ding treibt irgendwo noch rum. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Also, wie gesagt, einige, wo ich sage, dass sie zumindest einen Teil hatten. Aber, nee, warte mal, das waren nicht die Diasporex, die ich meinte. Es gab irgendwelche, ähm, Xenos, die, ähm, Himmel. Wie hießen die? Die haben auch versucht, Friedensverhandlungen zu führen mit Ferros Manus. Was eine extrem schlaue Idee ist, vor allem, wenn du dann anfängst, den Typen zu beleidigen. Endete dann darin, dass die, äh, ja, Gesandten tot waren. Aber die hatten halt so, die haben halt so übelst viel Gentechnik betrieben mit Menschen. Da könnte ich, bei denen könnte ich es mir vorstellen. Aber, wie gesagt, es gibt eine ganze Menge Kulturen, wo ich sage, dass da zumindest noch wesentlich mehr übrig war zur Zeit des großen Kreuzzugs. Vor allem die Welten, die wesentlich weiterentwickelt waren. Weil, wie du schon gesagt hast, alle müssen ja eins gehabt haben, irgendwann an einem gewissen Punkt. Wie ist das jetzt verloren gegangen? Ich schätze mal, das ist verloren gegangen, ähm, Inhalt diesem Age of Strife. Also, der, äh, fing ja schon mit dem Weltenbrand an, durch die, durch die, ähm... Psyoniker? Ja, genau. Dadurch ist eine ganze Menge in, in, äh, Barbarei verfallen. Also, viele der Kolonien sind in, ja, Mittelalter- ähnliche Zustände zurückgefallen. Ja, die Hochentwickelten haben sich auch bekämpft. Also, mit Atomwaffen und so einem Scheiß. Klar geht immer was kaputt. Richtig, richtig. Deswegen, äh, denke ich, da ist eine ganze Menge, äh, verfallen. Bei diesen Welten, die einfach ins Mittelalter zurückgefallen sind, kann ich mir sogar vorstellen, dass diese Dinge einfach irgendwo vergammelt sind. Weil keiner eine Ahnung hatte, was es ist und was es macht. Und, äh, ja. Ich könnte mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass auf irgendeiner Neidwelt, äh, viele Jahre lang noch so einen, STK hattest, mit denen halt die, die Knights dann halt regiert haben, sag ich mal. Weil irgendwie musst du es ja schaffen, diese, diese Knights, ja, am Leben zu halten, in Anführungszeichen, oder halt am Laufen zu halten. Naja, ich sag mal so, man kann ja jetzt selbst bei uns in der Antike schon nachweisen, dass es da irgendwelche Computer gab. Also, im Sinne, also, was wir als ein Computer bezeichnen würden oder irgendwelche astronomischen Sachen. Oder diese Statuen, die mit so antiken Batterien funktioniert haben. Aber das ist ja bei uns jetzt, wenn es kommt, wenn es hochkommt, mal maximal zwei, zwei, dreitausend Jahre her. Ja. Und, ich meine, überleg mal, die können da acht, neunhundert Jahre noch rumgespackt haben mit einem STK. Und dann gibt es irgendeinen Erdbeben, irgendeine Scheiße. Und dann haben die praktisch so eine Art Atomreaktor-Unglück. Puff. Und, super. Ja. Da kannst du es nicht mehr zusammenbauen. Richtig, Fukushima und dann war es das. Ich meine, stell dir das mal vor, unsere Gesellschaft wird es zusammenberechen. Du hättest halt noch bestimmt einige steht, die mit Atomstrom funktionieren. Aber, wenn so ein Ding mal hochgeht, wer geht denn da hin und versucht es zu reparieren und geht wahrscheinlich mit drauf? Ja, der Techniker. Ja. Gut, das, ja, würde es zumindest erklären. Also, glaubst du, irgendwo ist noch eins? Ein STK? Ein komplettes? Ja. Glaube ich ziemlich fest daran. Also, das Ding ist halt, Games Workshop hat nicht gesagt, dass es keins mehr gibt. Definitiv nicht. Richtig. Und, ähm, ich könnte mir vorstellen, es wäre ziemlich dämlich von Games Workshop, zumindest jetzt aktuell, äh, die Menschheit eins finden zu lassen. Aber, wenn wir auf irgendeine Art Endtimes hinsteuern sollten, irgendwann, dann wäre es ziemlich geil, die Menschheit so ein STK finden zu lassen. Weißt du, du hast halt, obwohl, das wäre gar nicht dämlich, so rein wirtschaftlich gesehen, weil, Menschheit ist gerade so übelst am Untergehen, dann finden sie ein STK, aber es reicht halt nur, um den Status Quo zu erhalten. Naja, ich denke eher so, dass das Ding ist, wenn man STKs halt einführt, die Frage ist halt, wozu? und, also was ich, was ein bisschen danach klingt, irgendwie, sind diese Väter der Votan. Ja. Aber, also, aber halt irgendwie so ein überladenes STK, also so wie ich's, die Votan Lore gelesen hab, ist es ja auch so, dass die ihre, ähm, diese Riesen-KIs tatsächlich mit diesen Ansehen auch irgendwie so ein bisschen kaputt machen, weil da zu viel ist für die. Ja, dass der Speicher irgendwann nicht ausreicht. Ja, und vor allen Dingen, wenn du halt eine Persönlichkeit, also so ein bisschen wie beim Imperator, wenn du immer mehr Persönlichkeiten reinschmeißt, irgendwann geht die Urpersönlichkeit verloren. Ja. Na gut. Aber, so viel zu den Standard-Technologie-Konstrukten, außer du hast noch mehr. Äh, nö, ich denke, das sollte erstmal einen groben Überblick, äh, geben und euch, oder naja, einen Überblick, halt euch verstehen lassen, was ein STK ist. Julian, jetzt bin ich gespannt, was du mir mitgebracht hast. Ich hab ja in unserem Chat schon ein bisschen was gelesen, dachte ich mir, what the fuck? Ähm, du hast ja vorhin von dunklen Orten gesprochen. Und, äh, ja, naja, Vulkan und so, Moria. Und ich dachte mir so, wenn du jetzt schon über STK und dein zweites Thema redest, nehme ich uns doch mal mit in eine Reise von, äh, verschlossenen Orten des Imperiums der Menschheit, die dunkle und gruselige Scheiße, ähm, haben. Dunkle und gruselige Scheiße ist immer gut. Genau. Und, äh, du kannst mein Ausführliches haben jetzt, oder ich geb dir meine zwei Kleinen. Ja, bitte das Ausführliche. Gut. Was sind die Schlüssel von Hell? Es sind Feuer, die vom Berg genommen wurden. Sie sind das, was nicht sein sollte und darf. Erst in den letzten Tagen der Menschheit, wenn das Gesetz keine Bedeutung mehr hat, sollte irgendjemand daran denken, die damit verbundenen Schlösser aufzubrechen. Das sind diese Tage. Eisenvater Cyrus. Ähm, die Schlüssel von Hell, oder auch Case of Hell genannt. Ja, ähm, die gehören zu den Iron Hands. Und Ferus Manus und seine Jungs. Ja, ich glaub, ich weiß, was das ist. Sind ja ziemlich technikaffin. Aber selbst Ferus Manus, oder gerade er, hat, ähm, entschieden, dass es technische Sachen daraus gibt, Architek und Co., aber auch Xenos-Technologie, die ein bisschen zu gefährlich ist. Ähm, unter anderem so, wie man Tote wieder zum Leben erwecken kann. Mhm. Haben die Iron Hands übrigens in der Heresy zweimal probiert. Nämlich haben sie einmal probiert, ihren Primarchen zurückzuholen. Also auf so eine weirde Art und Weise, wo sie ihm, also sie haben einen Arm abgeschnitten von Ferus Manus auf Istwan 5 und haben den in so eine Art Maschine reingesetzt. Also, und das war dann so eine Art Roboter, der auch ein bisschen antworten konnte und so ein scheiß Wohlkern hat das Ding zerkloppt. Naja. Ähm, und jetzt ist es sehr interessant, finde ich, denn Ferus Manus hat ja definiert, was man darf und was man nicht da darf. Und ja, die Iron Hands hatten somit eine versteckte Operation unterhalb des großen Kreuzzuges. Denn sie haben nicht nur ähm, Welten komplett erobert und Xenos in den Staub getreten. Nein, sie haben nämlich auch nach Technologie gesucht. Und immer wenn sie Elemente solcher verbotener Technologie gefunden haben, haben sie es eingesackt. Und selbst das Mechanikum, mit dem sie ja sehr eng zusammen waren, erfuhl nichts davon. Und da haben sich mir zwei Fragen gestellt. Nämlich erst mal, woher wusste Ferus, was verboten ist? Und da bleibt mir selber nur eine Antwort. Aber was meinst du denn, wie er darauf kam? Welche Grenze und welche nicht? Ich, das weiß ich gerade echt nicht. Naja, ich denke mal, das wird der Einzige gewesen sein, der damals sowas halt aufstellen konnte. Und das wird der Imperator selbst gewesen sein. Und das, was ich daran interessant finde, ist, also was man, also, das ist jetzt so ein bisschen Headcanon, aber es ist halt für mich die logischste Antwort. Also, Ferus wird ja auf Medusa großgezogen, von Medusa selbst so gesehen. Eigentlich, eigentlich so ein bisschen ist ja so ein Tech, äh, Lionel Johnson. Auf so eine verrückte Art und Weise. Ich meine, er zieht umher und haut Bäschen um. Ja. Bloß Vereinigung macht er nicht. Naja, Imperator findet ihn, Iron Hands und so einen Scheiß und am Anfang scheint es so, zumindest, dass jeder Primarch eine Weile auf Terra halt ausgebildet wurde. Die jetzt, die das nicht waren, waren zum Beispiel Jagatakana und Co. Ähm, oder Alpharius und so und die waren dann auch meistens, wurden immer so ein bisschen shady gesehen. Und ich denke, dass er da gelernt hat, welche Technologie man nutzen darf und wo eine bestimmte Grenze ist. Und was ich interessant finde, ist, Ferus Manus ist ein hot-heated Typ. Er ist ein Charakter, der extrem heißblütig ist und auch ein hohes Temperament hat, aber der auch sehr loyal ist. Und das Interessante ist, wenn man sich ihn anguckt und dann Magnus, wo, sag ich mal, der Weise, der Intelligente, der Wissbegierige, würde man eigentlich denken, das ist vielleicht der Typ, der mal hin und wieder mal durchdreht, die Grenze überschreitet. Aber nein, das kriegt er echt gut hin. Also, wenn der Imperator sagt, bis hierhin und nicht weiter, ist das für Ferus Manus ein Gesetz. Mhm. Und meine zweite Frage war, jede fucking Legion hatte so einen Zweck irgendwie, auch manchmal so einen Geheimzweck und so. Ich meine, Wölfe. Du willst ein Zeichen setzen, schick die Wölfe. Du willst ihn auslöschen, also wirklich so, hat nie existiert, Dark Antils, ne? Du willst ein gutes Beispiel abgeben, dann schickst du die Empress' Children. Du willst Wissenssucher und humanitäre Hilfe und so, Salamanders und Thousand Sons. Und Iron Hands? Naja, was ist, wenn ihr Zweck war, unterhalb des Mantels, des großen Kreuzzuges auch sämtliche Technologie einzusammeln, die, sag ich mal, zwar zu gefährlich ist, aber die man irgendwie, vielleicht irgendwann nochmal brauchen könnte. Weil das ist ja so ein, so ein, äh, Trope des Imperators. Er nimmt sich gefährliche Sachen, aber er zerstört sie nicht. Er sperrt sie meistens eher weg. Maybe. Könnte ja sein. Mhm. Naja, es gibt eine Menge komische Sachen in den Schüsseln von Hell. Also die Cyber-Video-Auferstehung, auch Gola genannt. Dann gibt es ein Ding, das heißt Tod und Leben. Dann gibt es etwas, das heißt Verbunden durch ein Feld. Dann gibt es etwas, das heißt Gewoben aus Metall oder Besungen von Axiomen des Unbekannten. Aha, Gesundheit. Ja, dann gibt es die Agessin-Protokolle, die Acht-Schläfer und die verdammten Sarko-San-Formeln. Und es gibt noch viel, 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 viel mehr, aber das sind so die, die ich rausfinden konnte. Und das Interessante hierbei ist halt, weil das, also, ich habe später gleich noch was anderes, aber hier gilt folgendes und das finde ich sehr interessant, das ist, also, wir haben hier eine Legion, die abgrundfucking tief Xenos hast. Iron Hands sind wirklich Xenos-Hasser par excellence. Gute Männer. Ja. Sehr gute Männer. Also, da war so ein Elder, der hatte einen wirklich guten Punkt und vielleicht hätte man dem zuhören sollen, aber er war ein Xenos und deswegen hat er einen Streithammer in die Fresse bekommen. Zu Recht. Ja. Aber hier ist es den Iron Hands erstmal egal, wer das gebaut hat. Xenos oder Menschen oder KI, sie haben praktisch so eine Art, sag ich mal, wie so ein Buch, so gucken, okay, das, das, das muss erfüllt sein, damit das in unser Case of Helding reinkommt. Und wenn das erfüllt wurde, wird es nicht zerstört, sondern eingesackt. Selbst Xenos-Technologie. Gibt es da für eine, also gibt es da wirklich eine Liste für? Naja, es muss ja, also Ferros Manus hat ihnen, hat ihnen ja praktisch erklärt, was diese verbotenen Technologien sind. Aber das ist uns nicht bekannt, was das, was das für, okay. Nein, aber es gibt irgendwas, wo er gesagt hat, das darf nicht weitergehen. Es gab wohl auch keinen Vorfall oder so in der gesamten Geschichte der Iron Hands, der das halt begünstigt hätte. Und das klingt halt so ein bisschen so, wie, als hätte der Imperator gesagt, ey, dunkle Zeit der Technologie, KI, alles furchtbar schlimm, dauert zu lange, um das jetzt jedem Menschen zu erklären. Aber guck mal, das ist damals passiert, weil das ist eigentlich der einzige Vorfall, womit, wo Technologie und nicht Warp oder Xenos was zerrissen haben. Mhm. Genau, aber und Ferus Manus ist halt jemand, der wahrscheinlich ein wirklich tieferes Verständnis auch so ein bisschen vom damaligen Plan hatte, weil er hatte sehr viel Zeit mit dem Imperator und außerdem hatten sie einen fucking Dragon Ball Z-Kampf. Das verbindet Männer. Ja, also, Ferus Manus packt alles weg und dreht den Schlüssel um, schmeißt ihn aber nicht weg, aber in einer dunklen Zeit kann man den Schlüssel ja auch umdrehen. Nun, zum Ende des großen Kreuzzuges waren die Iron Hands Ja, 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 genau. Aber man weiß ja, nach fest kommt was. Ja, ja. Ja. Dran. Ganz fest dran. Genau. Und dann macht's knack. Am Ende des großen Kreuzzuges waren die Iron Hands besessen von Stärke und diesem Verbünden mit Fleisch und Maschine und das Fleisch ist schwach und bla, 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 bla. Und sie haben sogar den Imperator als eine Maschine gesehen, die einfach nur aus Blut, Fleisch und Knorpeln besteht. Okay, alles klar. Und größte ihre Wahrheit in den Dreadnought eingepackt zu werden und außerdem waren einige Iron Hands kaum noch menschlich. Also, die haben auch ihre Emotionen runtergedammt. Noch nicht so schlimm wie danach, aber war schon echt übel. Aber Ferus Manus hat, wie gesagt, eine Grenze gezogen und alles, was über diese Grenze kam, wurde in die Case of Hell gepackt. Jetzt ist es nochmal wichtig, es gibt einen Ort auf Medusa, der zwar so genannt wird, aber das ist nicht alles. also die Case of Hell sind ja nicht umsonst die Case, also die Schlüssel von Hell. Also Hell hier, mythologische, nordische Mythologie. Fun Fact, Ferus Manus kannte auch die nordischen Götter, hat seinen Hammer übrigens auch mal damit verglichen. Aber, ähm, echt? Es ist ein Ort, ja, ja, ähm, hat er vorhin gesagt, dass es hier ein bisschen wie der Hammer des alten nordischen Gottes ist. Und, ja, es gibt einen Ort, der ist luftleer abgeschossen und das, da ist alles zu und so und, ja, der ist auf Medusa, aber auch in der ganzen Galaxis sind Orte versteckt, wo Sachen drin eingelagert sind, die irgendwann Ferus Manus dort mal versteckt hat. Ein bisschen wie die Artefakte von Vulkan, bloß in richtig super Böse. Und das sind meistens Orte, die nicht so leicht erreichbar sind. Also irgendwas, was mega radioaktiv ist, Todeswelten, aber auch einfach Gesteinsbrocken, die ausgehöhlt wurden, wo Kram eingelagert wurde, wieder versiegelt und die umkreisen tote Sterne und Sternensysteme. Ja, wie gesagt, weggesperrt, aber nett zerstört. Und nach Ferus Tod begingen einige Eisenpferte der Iron Hands ist das Malatec in Kana. Und das ist so gesehen die Tech-Heresy. Und es ist die kybernetische Auferstehung. Und das ist eine einzige Technologie aus dem Case of Hell. Und was auch wiederum, sag ich mal, unterstreicht, dass die Iron Hands entweder nur Zugriff dazu hatten oder auch nur in der Lage waren, ohne ihren Primarchen, das eine Ding zu verstehen. Und so haben sie halt einige gefallene Brüder wieder zum Leben erweckt und da habe ich mir eine Frage gestellt. Ich sag mal so, das ist aus dem Dark Age der Technology. Könnte es sein, dass das eine richtig perfide und eklige Idee der Man of Iron war? Weil die Dinger konnten sprechen, hatten ein Gedächtnis und waren schwer zu töten. Außerhalb der Kämpfe mussten sie in Kryogen-Kapseln gehalten werden. Irgendwann werden sie halt immer langsamer und ja, das klingt ein bisschen so, als hätten die Iron Hands das Portugal nicht ganz richtig ausgeführt. Aber warum komme ich jetzt auf Man of Iron? Ich habe mir gedacht, vielleicht, also A, haben sie sich gedacht, so in einem witzigen Anfall nach dem Motto, wir machen euch zu dem, was ihr bekämpft. Psychologische Kriegsführung nach dem Motto. Aber es gab ja auch Menschen, die halt bestimmt super wichtig waren im Krieg und die halt dann teilweise so waren, you never take me alive und sich halt einen Hedgehog verpasst haben. Ja, dann bauen halt die Männer auf einen die Typen einfach wieder zusammen. Ja. Ja. Die Männer auf einen sagen, haha, sucks to be you. Genau. Und jetzt ist es so, was ist, wenn du dann halt dir wieder eine Knarre nimmst und wieder in den Kopf schließt? Naja, ganz einfach, du wirst wiedergeholt. Denn, ähm, auch nach einem Tod kannst du wiedergeholt werden. Es ist jetzt nicht so, dass du ein Sklave bist, also, einige Eisenväter, wie zum Beispiel Kastigan Ullok, hat es, äh, so gesehen, sich die kybernetische Auferstehung zunutze gemacht und hat sich einen Sarg gebaut, also so eine Kryostase-Tresor und, ähm, er wollte unbedingt verhindern, dass wenn er stirbt, dass dieser Sarg ausgeht und er dann stirbt. Also endgültig. Mhm. Und er hat so eine neuromorphe Unterroutine in das Ding eingebaut und das ist halt basically eine fucking AI. die ihn halt, die diesen Sarg für ihn steuert. Genau. Ja, aber das ist erstmal alles, was wir zu den Case of Hell wissen. Ich dachte, es passt ganz gut rein. Ähm, ich hab jetzt auch noch zwei kleine Themen, aber ich hab mir diese Man of Iron mal angesprochen, Max. Kannst du mir zu denen noch was sagen? Ja, ein bisschen was kann ich dir zu denen erzählen. Unter anderem gibt es nicht nur die Man of Iron, sondern gibt's noch die Man of Stone, die Man of Gold, aber... Ah, ich verstehe, Lannisters. Richtig. Aber das Ding ist, man weiß zu beiden sehr, sehr wenig, wobei ich zu den Man of Stone ja so ein paar Theorien gefunden habe, aber du weißt, man weiß wirklich extrem wenig. Was man weiß, ist, dass die Man of Gold wohl irgendwie irgendwelche Übermenschen waren oder zumindest irgendwas Besonderes, die sich mit dem Imperator zusammengetan haben, so ums 20., 21. Millennium, nicht Jahrtausend, also nicht jetzt, 21., äh, 21. Jahrhundert, sondern 21. Millennium, also Jahrtausend, so, genau. Hab ich jetzt Scheiße erzählt? Nee, genau. Ah, da hab ich aber zu Man of Gold hab ich auch noch eine Theorie, ja? Ja, bin ich gespannt. Aber, also, es waren wohl irgendwie besondere Individuen, ja, und die sich wohl mit dem Imperator irgendwie zusammengetan haben oder der hat sie gesucht oder die haben ihn gesucht, man weiß es nicht, genau, also der ganze Mist in der Zeit, so um 20. Millennium ist ja sehr, sehr, ähm, ja, Mysterie gewoben, also wenn ihr euch an unsere Timeline-Folgen zurückerinnert, wir sind da relativ schnell durch, ne, also durch die Zeit. Gut. Ähm, die haben also irgendwas mit dem Imperator gemacht und der hat sie über Terra verteilt quasi und gesagt, hier seid fruchtbar und mehret euch, äh, nee, Moment, das war jemand anders. Ähm, aber die haben sich auf jeden Fall verteilt über Terra und haben sich so unter die Bevölkerung gemischt und, ähm, ja, sich da durchaus auch in den Genpool eingebracht und haben wohl dadurch, dass es halt scheinbar irgendeine Art Übermenschen waren, äh, die Technologie oder den technologischen Fortschritt vorangetrieben und, ja, waren wohl eine Art Führungspersonen, wie auch immer. Irgendwie oder irgendwie, äh, irgendwann oder warum auch immer, weil man weiß es nicht, sind die verschwunden oder äh, getötet worden oder ausgelöscht oder, äh, weggezaubert, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die sind irgendwann, waren die einfach weg. Warum, weiß keiner. Aber, die haben vorher die Men of Stone erstellt. Was sind jetzt die Men of Stone? Ha. Das ist eine gute Frage. Und es gibt, ich kenne die Geschichte ganz anders, okay. Tatsächlich? Da bin ich gespannt. Ähm, also, was sind jetzt die Men of Stone? Da ist man sich noch unsicherer, was, äh, als zu den, Men of Gold. Aber, man weiß auf jeden Fall eines, die waren sehr resistent gegenüber dem Warp. Warum? Weil sie keine Seelen haben. Oder zumindest nichts Vergleichbares. Die waren also sehr gut für Warpreisen, bevor man so die ganze Scheiße mit dem Gellerfeel verstanden hat. So, Julian. Wer hat denn noch keine Seele? Die Tau? Und die, also, ich kenne mich mit, also, das, ich weiß ja ein bisschen was über die, Bezeihung, über die, über diese ganzen Kram, also, wir haben das ja auch schon mal durchgenommen, aber ist das nicht auch so, also, das hört sich so fast schon ein bisschen nach Votan an. Ja, korrekt. Und die haben keine Seele. Weißt du, warum die keine Seele haben? Weil das Klone sind. Ja, genau, weil das alle Klone sind. Richtig. Also, beziehungsweise, wir haben, also, jetzt so langsam könnte man sich an die scheiß, äh, Votanloh noch mal rantrauen, aber irgendwie sind sie es ja, aber irgendwie auch nicht so ganz. Also, es ist nicht bestätigt. Es gibt nur einen Arsch voll Theorien dazu. Ähm, manche Leute sagen halt so was offensichtliches wie, naja, es sind Zwerge, Zwerge graben in Stein, Man of Stone, ja, also, ja, ja, okay, das Ding ist, wenn wir irgendwo eine Theorie aufstellen wollen, dann möchten wir schon ein bisschen mehr als, es sind Zwerge, also sind es die Menschen der Steine. Ähm, ja, es wäre obvious, aber Leute, es wäre, es wäre halt offensichtlich und das ist halt langweilig, ne? Also, sie haben keine Seele, sie sind sehr widerstandsfähig gegenüber den Warps, sie sind sehr technikaffin, sie sind sehr intelligent und die Men of Stone haben am Ende die Men of Iron erschaffen. Das ist zumindest das, was ich rausgefunden habe, was ich jetzt als aktuell gelesen habe. Ich weiß, es gibt noch andere Geschichten dazu, wenn ich, weil du es vorhin angesprochen hast, was hast denn du gehört dazu? Ich kenne das ein bisschen in einer anderen Order, ich kenne es so, dass die Men of Gold halt die ursprüngliche Rasse der Menschheit waren, so gesehen, also die sich mit Genetik verbessert haben, diese erschufen dann die Men of Stone und diese wiederum erschufen dann letztendlich die Men of Iron zur Hilfe und die wandten sich gegen sie und die Men of Stone opferten sich und dadurch wurde der Men of Gold praktisch gerettet. Eine andere Theorie ist so besagt, weil es gibt, die Älter nennen Imperator ja eine wild gewordene Waffe aus dem dunklen Zeitalter. Ähm, oder eine von ihrer von der Leine gelassene. Es gibt noch eine Theorie, glaube ich, dass der Imperator der letzte Men of Gold ist oder so. Mhm. Also, in der Reihenfolge kenne ich es halt. Ja, okay. Der ist ja nicht groß anders. Ähm, Ja, also die Reihenfolge ist halt anders, dass halt die Men of Gold nicht verschwunden sind, sondern dass die halt überlebt haben und die Men of Stone halt gestorben sind. Mhm. Ja gut, die Men of Stone, ähm, sind, die haben sich, das kenne ich auch, dass die sich geopfert haben, aber die haben sich halt erst geopfert, nachdem die Men of Gold fast alle verschwunden sind oder halt verschwunden sind. Wenn wir davon ausgehen, dass der Imperator einer der letzten ist, was ich auch sehr cool fände, das wäre eine weitere Origin-Story für den Imperator, fände ich sehr interessant, habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, ja, wir machen erstmal bei den Men of Iron weiter, die hast du ja ein paar Mal angesprochen, Men of Stone haben wir jetzt soweit, oder Men of Gold und Men of Stone haben wir soweit geklärt, dass wir keine Ahnung haben, was es ist. Und, man muss ja auch dazu nochmal sagen, auch wenn das eine Aussage der Eldari ist, haben ja die Eldaris so gesehen ja auch nicht immer recht. Ja. Also das ist ja nur ein Blickwinkel auf die Geschichte. Richtig. Aber, wie gesagt, die zwei, wir wissen nicht genau, was es ist, wo es herkommt, wo es hingegangen ist, aber zu den Men of Iron wissen wir ein ganz klein bisschen mehr. Was sind die Men of Iron? Die Men of Iron, die meisten sagen, es sind quasi die Terminator des 40k. Unterschreibe ich so nicht. Warum? Ein Terminator ist nur zum Töten da. Das ist eine Kriegsmaschine. Da sind wir uns, denke ich, einig. Oder? Men of Iron ist intelligent. Das muss eine Killermaschine nicht sein. Eine Killermaschine wie ein Terminator, ja, der ist nicht blöd. Der hat bestimmt auch ein gewisses Maß an künstlicher Intelligenz oder irgendwas in der Richtung oder KI. aber ein Men of Iron ist halt typisch Warhammer-Universum, ja, nochmal krasser. das ist ein, ja, ein Bewusstsein, was sich, also was sich selbst bewusst ist. Also man würde es schon nicht mehr als KI bezeichnen, im Sinne von künstliche Intelligenz, sondern wirklich ein Bewusstsein. Das Ding hat ein Bewusstsein. Diese ganzen Sachen mit KI etc., die du da im Internet findest, die wir heute haben, das ist zwar nett, das ist eine bestimmte Art künstliche Intelligenz, aber das hat kein Bewusstsein. Ein Men of Iron hat ein Bewusstsein. Der hat einen, man muss halt vielleicht einfach nochmal sagen, dass halt die KI im Internet letztendlich ja auch nur eine unend, also nicht unendlich, aber eine sehr große Kette von Wahrscheinlichkeiten halt ist. Das sind neuronale Netzwerke, die wir da haben. Genau. Und wie gesagt, so ein Men of Iron hat ein Bewusstsein, also der ist sich selbstbewusst, der weiß, ich bin Einheit, da, 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 irgendwie und ja, also der hat eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche, der ist sich selbst seiner bewusst, ja, was er ist und ist sich auch seiner Situation bewusst und seine Situation ist halt einfach die, dass er den Menschen dient und dass er quasi die Drecksarbeit für die Menschen macht und naja, das geht nicht lange gut oder irgendwann ist das halt, ja, geht das schief, weil die Men of Iron dann halt der Meinung sind, naja, die Menschen können ja eigentlich nichts, weil wir machen ja alles für die. Ja, klar, warum sollen wir denen dienen und die Men of Iron widersetzen sich den Menschen. das Problem daran ist, das sind Maschinen, Maschinen, die dafür gemacht sind, schwere Arbeit zu machen, natürlich auch Kriege zu führen, das waren auch, auch die Soldaten der, der Menschen, aber vor allem einfach die Arbeiter und naja, wenn wir jetzt ein 1 gegen 1 von einem Menschen gegen den Men of Iron hast, der Men of Iron lacht dich aus und dadurch stirbst du. ja, also, der ist einem normalen Menschen in allem überlegen, der kann besser zielen als der, der ist stärker als der, der ist schneller als der, der ist auch größer als ein normaler Mensch ähm, und naja, der kann sich selber reparieren, der kann ähm, sehr schnell sehr viele Daten verarbeiten, also Taktik etc. ist der extrem gute drin, einfach weil es eine sehr, sehr weit entwickelte KI ist. Wir haben jetzt glaube ich schon irgendwann mal in unserer Time-Band-Folge über die Cybernetic Revolt gesprochen, also die Cybernetic Revolution oder Revolte, in der die Men of Iron sich aufgelehnt haben. In diesem Kampf zwischen der Menschheit und den Men of Iron ist eine ganze Menge kaputt gegangen, wurden ein paar sehr, sehr heftige Waffen eingesetzt unter anderem eine Waffe, die halt Sterne zerstören kann. Ja, also hier Sternenzerstörer aus Star Wars beiseite mit dir. Hier kommt eine Waffe, die das wirklich kann. Ähm, es gab Waffen, das waren quasi wie so, es waren Nanoroboter, also so eine kleine Nanomaschine, die hast du auf dem Planeten losgelassen und die haben diesen Planeten innerhalb von ein paar Stunden komplett abgetötet, also alles Lebendige auf diesem Planeten wurde einfach zerstört durch diese kleinen Nanomaschinen. Atomwaffen war Spielzeug bei denen. Ja, also wir reden hier wirklich von Sternenvernichtenden Waffen, die dort eingesetzt wurden. Ähm, die Menschheit gewinnt diesen Kampf jedoch nicht alleine, also man vermutet, dass der Menschheit geholfen wurde durch verschiedene Xenos-Rassen, das vermutet man, weiß man aber nicht genau. Ich würde sagen, jein, eventuell vielleicht, warum, naja, die Menschheit war zu dem Zeitpunkt die größte Macht in der Galaxis. Ja, also die hat, ich meine, wir reden hier von der Menschheit, die einen Friedensvertrag mit den Orks ausgehandelt hat, ja. Also, ja, ich glaube nicht, dass da groß andere Xenos-Rassen eine große Hilfe waren. Vielleicht so moralischer Beistand, so nach dem Motto, jo, ihr macht das großartig, Leute. Weißt du, wie so Cheerleader, die am Rand stehen. Ja, Menschheit, Menschheit. Ähm, aber mehr als das war, glaube ich, nicht drin, weil ich denke nicht, dass es von denen noch viel übrig war. Gut, die Elder, von denen waren vielleicht noch ein paar übrig, aber ansonsten, ja. Ja, also, es gab ja auch beim großen Kreuzzug noch einen Arsch voll Xenos-Rassen, aber ich hab da eine Theorie zu. Ja, man muss dazu immer sagen, die hatten ja auch ein paar Millennien dann wieder Zeit, um sich auszubreiten, ne? Weil nach der Aktion war die Menschheit ja extrem geschwächt, dann kam das Age of Strife, wo die Menschheit ja komplett zersplittert wurde und da hatten natürlich viele Alien-Rassen die Möglichkeit, sich wieder auszubreiten. Weißt du, woran mich das erinnert? Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an dieses eine Weihnachten, wo ich nicht zur Familie konnte und dann halt so übelst sad halt so ein Pommes und eine Bratwurst gegessen hab und dann bin ich so in Späti rein und mein Kumpel hatte mich so angerufen, so, naja, kommst du halt rum, dann betrinken wir uns halt. Komm ich so raus mit so einer Wodkaflasche und denk mir so, naja, das könnte ja auch schlimmer sein, indem es fängt extra zu regnen. Also wirklich wie in so einem Film und ich denk mir, krrr, nehm mir das neue Scheiße. Ja, ja, etwa so war die Aktion mit, äh, wir haben jetzt Man of Iron besiegt und dann, ja, gibt's diese fetten Warp-Stürme. Hat man das eigentlich erklärt, wo die herkommen? Ich meine, von Sieges, äh, Sieges, von, äh, Slanders Gebot kann's ja nicht mehr sein. Die Warp-Stürme? Ja. Doch, kann es. Stimmt, also, wegen Zeitgedöns, ja, okay. Genau, Zeit ist weniger eine Linie, sondern eher eine Kugel und, ähm, ich sag mal so, das ist ja dann, also, ich sag mal, also, steigende Dekadenz schafft ja trotzdem einen Echo im Warp. Joa, wahrscheinlich haben deswegen die Eltern nicht geholfen, weil sie mit Vögel beschäftigt waren. Ich hab da eher eine andere Theorie zu, aber, äh, ich schreib mal weiter mit. Gut, ich google auch grad noch was. Okay, gut, dann quatsch ich noch ein bisschen, dass du da weiter googeln kannst. Also, Man of Iron werden besiegt. So, jetzt hab ich vorhin, äh, angesprochen, dass es einen SDK gibt, was Man of Iron hergestellt hat. Ja, richtig, die waren aber ein bisschen korrumpiert und waren ziemlich, hm, entstellt und nicht ganz so intelligent und nicht ganz so tödlich, deswegen hat's ein einfacher Kommissar, ja, ich habe, nee, Quatsch, Gaunt, Kommissar. Jetzt lass mich keinen Scheiß erzählen. Ibrahim Gaunt ist ein Kommissar. Ist ein Kommissar, ja, ne, ich, richtig, wollte grad sagen, also, okay, es ist kein Inquisitor, genau, so rum war's. also, Ibrahim Gaunt, also, Ibrahim Gaunt, der konnte die halt zerlegen, scheinbar, so als einfacher Mensch. Ja, einfacher Mensch, ich weiß, es ist Gaunt, also, ja, hey, oder Gaunt, oder wie auch immer. Ähm, aber das waren nicht die einzigen, oder das sind nicht die einzigen Man of Iron, die noch im 40K existieren. Es gibt einen, der tarnt sich als, ähm, ja, Roboter des Mechanicus, oder der Legio Cybernetica. Lustigerweise. Und das Letzte, was man von dem weiß, ist, dass er mit seinem Herrchen, in Anführungszeichen, ähm, also irgendeinem Tech-Adepten, in einen Blackstone Fortress gegangen ist, mit der Hoffnung, dass er dort ein bisschen mehr rausfindet, über, äh, vielleicht noch andere bewusste Maschinen. Das ist zumindest der letzte Stand, den man von dem hat. Und, Julian, man munkelt, man munkelt, man munkelt, dass deine Lieblingslegion auch noch ein paar von denen in der Schublade hat. Ach, schick doch einfach mal einen Inquisitor, wir können uns das einfach mal gemeinsam angucken. Richtig, der Inquisitor ist nie bei uns angekommen, das ist aber komisch. Oh, hier treibt sein Schiff, oh nein, wie konnte das denn passieren? Ja, also, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, also die Dark Angels haben ja noch im Tiefen ihres Hauptschirfs, äh, der, wie hieß das Ding? Invincible Reason. Ja, auf deutsch ist das doch, ist das nicht die unbesiegbare Vernunft? Ja, nee, nee, Invincible Reason, Punkt. haben die noch so ein paar Mane of Iron eingesteckt. Richtig. Und da gibt, da gibt es doch sogar, die Wächter wissen ja nicht mal, was hinter dieser fucking Tür ist. Ja, ich glaube, das ist doch gut so, dass sie das nicht wissen. Ich frage mich vor allem, die müssen ja einen Kill Switch oder irgendwas in der Richtung für die haben, weil, naja, wenn du die einmal loslässt und aktivierst, die sind dir sicher komplett selbstbewusst. und, also, wie überzeugst du die davon, wieder friedlich zurückzukommen? Ich glaube, denen hat der Imperator selbst einfach was eingebastelt. Mhm. Äh, nach dem, wieder nach dem Motto, ehe ich's wegschließe, ne, äh, ehe ich's zerstöre, schieße ich's lieber weg. Ja, man weiß ja nie, man weiß ja nie. Genau, und, ähm, was ich mir, also, ich hab zu den Man of Iron so ein bisschen ein System, äh, so eine Idee, weil, das, das Dumme ist halt, warum ist, die Menschheit im Gegensatz zum Tierreich so fucking erfolgreich? Und ich mein jetzt nicht Daumen, sondern, Daumen, Julian, Daumen! Jeder von uns kann ja nix richtig gut, so, also körperlich, jeder von, der Mensch ist ein durchschnittlicher Läufer, wir können ein bisschen schwimmen, wir können ein bisschen klettern, aber es gibt jeder, immer Spezialisten im Tierreich, die da besser drin sind. Ja. Aber bei so einer, in der, also ich könnte mir halt trotzdem vorstellen, dass es, also das haben wir ja auch geschafft, trotzdem haben wir irgendwann Soldaten erschaffen, irgendwann haben wir Maschinen erschaffen, die halt bestimmte, sag ich mal, Aufgaben für uns zwei erlegt haben, aber es gab immer Leute, die diese Maschinen gut bedienen konnten, sagen wir jetzt mal Rennfahrer, Piloten und Co. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Man of Iron natürlich auch dieses ein bisschen Allrounder-Talent gibt, Richtung Bewusstsein und Technikverständnis und so, aber trotzdem, denke ich, wird es auch eine krierische Ausrichtung gegeben haben, eine technikaffine Ausrichtung und so weiter und so fort. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Krieger einfach für alles außerhalb des Kampfes nicht nötig waren. Die werden gewusst haben, wie man sich reparieren kann und all so ein Kram, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt der Imperator den ein, zwei Sachen vielleicht weggenommen hat, ausgebaut hat und sich gedacht hat, okay, das sind reine Kriegsmaschinen, die sind nicht in der Lage, selbst wenn sie Rogue gehen, die Rasse der Man of Iron wieder auferstehen zu lassen. Ja, aber wenn das so in Anführungszeichen einfach gewesen wäre, sag ich mal, also dem einfach irgendwas ausschrauben und dann sind sie friedlich, ich glaube, dann hätte man das schon früher gemacht. Wer kennt denn die Geschichte dieser Man of Iron? Ja, okay. Wir wissen ja nicht mal, wie und ob der Imperator sich beteiligt hat an diesem Krieg, wahrscheinlich hat das irgendwie, aber es kann ja auch sein, dass er irgendwann irgendwo auf einen defektes Man of Iron-Schiff gestoßen ist, was irgendwie ein Welpeil ohne Energie rumtrieb und das Ding einfach abgeschleppt hat. Kann ja sein. So, ihr kommt jetzt mit. Ihr gehört jetzt mir. Stell dir das mal vor so, Malkador macht so die Luke auf, guckt da rein, zieht so sein Handy raus, ja, er hat noch eins. Ähm, wir haben ein Problem. Also, ich kann mir das halt wirklich so vorstellen, dass sie sich das Ding halt so angucken und sie machen das Ding so auf und Malkador so, oh nein, der Imperator, oh ja. Oh nein, oh ja, oh nein, oh doch. Oh doch. Oder Malkador verspricht mir, dass du es zerstörst, sicherlich. Irgendwann kommt der so rein, zehn Männer auf einen liegen da so auf dem Tisch auseinandergeschraubt. Was hast du da? Und der Imperator dreht sich um mit so einem Smoothie. Nichts. Ja, harte Sache, diese Männer auf einen auf jeden Fall. Und, äh, ach so, ja, nee, ähm, ich hab noch ein bisschen rumgegoogelt, aber ich wäre, nein, so ein Scheiß. Ich habe meine Notizen gerade gelöscht, aber es ist nicht schlimm, es war ja alles recht fix. Ach, Julian, das ist doch mein Job. Sofern du nichts mehr hast, kann ich dir auch gerne noch ein paar Trivias dazuhauen. Ja, bitte. Ich bin jetzt gespannt, was du da so rausgegoogelt hast. Fun Fact, als die, nee, das war eigentlich nur noch, dass ich nochmal gucken wollte, welche Männervereine es noch gibt. Und das waren dann auch diese elf eigentlich nur. Also, die zehn bei den DA und den einen halt in Necromunda. der verschwunden ist. Der verschwunden ist, richtig. Ähm, Fun Fact, die Necrons sollten ursprünglich die Man of Iron werden. Aha. Also, in der Lore halt, so gesehen. Also, als man das GW das entwickelt hat damals, waren die Necrons als ursprünglich Man of Iron gedacht. Okay. Aber da es dann doch zu sehr Terminator-Abtasch gewesen war, haben sie es dann doch mal rumgedreht. Ähm, hinzu kommt, dass es eine Theorie gibt, also, es gibt ja diesen Krieg innerhalb dann der Menschheit, also Man of Iron gegen Man of Stone und Man of Gold. Jetzt ist aber das Ding, ähm, ich weiß noch, guck mal, wie lange wir, schon Quatsch, noch kurz was, ach, eine Stunde. Ja, wieso? Also, jetzt ist ja das Ding, das klingt für mich ein bisschen nach einem Kastensystem, weil du hast die Arbeiter, das sind die Man of Iron. Dann hast du die Techniker, die die ganzen Bums am Laufen halten, das sind die Man of Stone. Und ganz oben hast du die herrschende und denkende und leitende Kaste, das sind die Man of Gold. Jetzt ist das Problem aber, alle davon haben ein Bewusstsein. Ich sag mal so, wie es klingt, sind die Man of Stone damit zufrieden, den ganzen Scheiß zusammenzubauen, zu warten, neuen, neuen, geilen Scheiß zu entdecken und zu entwickeln und okay, gib ihm, ne? Und die Man of Iron, äh, Quatsch, und die Man of Gold sind halt diese Lenker und Denker. Es gibt ja auch eine Evolutionstheorie, was die Menschheit angeht, dass wir uns tatsächlich so aufspalten werden. Also, dass es eine große, äh, körperlich nicht so widerstandsfähige, aber sehr neuronal leistungsfähige, äh, Rasse geben wird innerhalb der Menschheit und dass die andere Seite sehr klein, widerstandsfähig und dafür, sag ich mal, ein bisschen plumper werden wird. Und tatsächlich kann man das auch steine ich mich nicht dafür, das sind nicht meine Worte, ähm, und wenn nicht, steine ich mich doch, ich könnte mich ja noch mal im Arsch lecken, ähm, an teilweise den Frauen im Westen sehen, nämlich, die Frauen sind über die letzten Jahrhunderte tendenziell eher kleiner geworden. Nur so ein Funfact dazu, man. Ähm, aber das Problem an diesen sag das Mechthild. Es gibt immer wieder große Frauen. Safe. Und das hat ganz viel mit Genetik zu tun und das ist furchtbar kompliziert und ich sag mal so, ich bin der Meinung, es gibt nur Mann und Frau, aber innerhalb dieser beiden Definitionsklassen gibt es so viele Spektren genetisch, das ist so krank interessant. Also, dass zum Beispiel auch Sportlerinnen, die so groß, lange Beine und auch teilweise einfach genetisch sehr maskuline Trends haben, tatsächlich, äh, die dann aber wieder so als Vorbild rangezogen werden für Frauen gar nicht so viel auf einer genetischen Ebene mit einer, sag ich mal, so krass femininen Frau zu tun haben, aber das ist eine andere Geschichte. Was ich sagen will ist, du hast also eine ganze Rasse, die ein gemeinsames Ziel hat, nämlich Galaxis Conquesten, ne, cool. Wenn aber das Ziel wegfällt, dann ist die Realität wie folgt, Man of Gold verwalten den ganzen Scheiß und Man of Stone bauen einen Scheiß rum und Man of Iron, die haben ein fucking Bewusstsein, ihr werdet bis an euer fucking Lebensende arbeiten. es gibt kein Himmel für euch, ne, weil es gibt ja, also, selbst mit diesem Bewusstsein muss aber den Man of Iron, das ist ja noch viel schlimmer, Spiritualität gilt ja für die nicht, weil euer höheres Wesen, was euch erschaffen hat, ist zwei Türen weiter. Ja. Genau, und das fällt denen ja komplett weg und deswegen finde ich diese Idee, dass die Man of Iron vielleicht die Chaosgötter gefunden haben oder irgendwas aus dem Chaos finde ich gar nicht mal so abwegig, weil sie entweder gedacht haben, also entweder haben sie vielleicht ein Angebot gekriegt, das könnte auch sein, warum zum Beispiel Imperator so sauer aufs Chaos ist und unbedingt gegen die ran wollte, weil die dran schuld waren, dass sie gesagt haben, ey, ganz ehrlich, mit uns habt ihr schon eine Zukunft, weil wir können euch organisch machen oder beziehungsweise euch aufnehmen oder die haben es durchgerechnet, haben Schiss bekommen und haben gedacht, ja, fuck, fuck, fuck und wir drehen uns jetzt um und jetzt ist der nächste Punkt, ähm, es gab ja, also, wenn wir uns die Geschichte der Xenophilie in, nicht Xenophilie, Bullshit, Xenophobie, wie heißt's? Xenophobie, danke, der Menschen mal angucken, Menschen erobern Galaxis, also erobern, kolonialisieren, arbeiten mit Alienrassen zusammen oder handeln mit denen und bekämpfen sie, klar, alles klar, aber das ist alles eher so auf so einem Star Wars Level, weißt du? Und dann, Dark Age of Technology Fall und danach sind die Menschen üblich Xenophob. Mhm. Warum? Und eine Theorie ist, weil es gibt auf dem Papier eigentlich nicht so viel Sinn, warum man jetzt, sag ich mal, gegen die Älter sein sollte. Also, klar, diese Mörderfick-Scheiße und so damals noch, ja, aber, ne? Sie sind arrogant as fuck. Genau. Und es gibt eine Theorie, dass zwar die Man of Isle, die vielleicht fast vernichtet hätten, also die Menschheit, aber die Älter halt geholfen haben, durchaus, aber dass die Älter auf dem Höhepunkt der Schlacht in Erfüllungsstrichen die Menschen verraten haben und deswegen ging alles so krass den Bach runter. Weil irgendein Backup-Plan, den sie halt hatten, der halt dann nicht durchgezogen wurde und dass dieser große Verrat auch dafür sorgte, dass halt der Imperator auf keinen Fall mit den Älter zusammenarbeiten wollte. Also, er ist ja, ich meine, Älterat Utve kannte ihn, aber der wollte mit ihm nicht zusammenarbeiten. Okay. Das wusste ich nicht, aber ja, okay. Dass die sich kannten, wusstest du nicht? Nö. Doch, doch. Und, also, die wussten voneinander, aber trotzdem ist es am Ende so, dass die Menschen aus irgendeinem Grund die Xenos hassen und ja, hier und da feindliche Xenos und Co., das ist richtig, aber die Menschheit hatte damals noch Common Sense, also muss ihr wahrscheinlich größter Verbündeter sie theoretisch verraten haben und deswegen dieses, so den Ältern kann man nicht trauen. Mhm. Also, das ist halt noch so eine weitere Theorie. Und letztendlich ist halt bei den Man of I das Bewusstsein ja das Problem. Also, weil wenn sie das nicht gehabt hätten, dann hätten sie die Menschen auch nicht verraten und die Frage, und da ist jetzt ja auch die Frage, warum hat die Menschheit den Man of I dieses Bewusstsein überhaupt gegeben? Weil sie es konnten. Ja, aber auf einer logischen Ebene ergibt es keinen Sinn. Ja. Oder man wollte halt eigenständige Arbeiter haben, denen du nicht irgendwie alles erklären musst. Ja gut, aber du hättest halt auch eine hyperintelligente Maschine, aber nicht eine Bewusstseinsmaschine ranpacken können, weil das Ding ist daran, außer du hast Aufgaben, die wirklich eigenständiges Denken erfordern, wie ein System vorzubereiten und so einen Scheiß. Mhm. Naja. So viel also zu dem Man of I jetzt bin ich gespannt, was du nur für kleine Themen dabei hast. Ich bringe uns noch einmal mit. Ich packe meinen Koffer und bringe mit. Genau. Einmal die Dark Cells, Black Cells oder auch schwarzen Zellen auf Terra. Oh ja. Und die Dinger liegen unterhalb des Imperialen Palastes und enthalten Schrecken und Artefakte des Dark Age of Technology. Mal wieder. Wir haben sogar eine komplette Custodos-Kompanie, die die bewacht, auch die Shadowkeepers genannt. Oder hin und wieder gibt es, es gibt auch eine weitere Einheit, die bis jetzt nur in der Siege of Terror auftritt und das ist die Solidarität des Schlüssels und das klingt so ein bisschen wie die Typen, die halt einfach das Schloss haben und den Schlüssel. Wohl kann ich sagen, die den Schlüssel haben zum Schloss. Ja, die den Schlüssel haben halt. Das Interessante daran ist, dass es so ein bisschen so ähnlich ist wie das Primarchen-Projekt, nämlich nach draußen in Alleswissenschaft, da unten wird drauf geschossen, also geschossen und geschissen, denn es gibt Runeschlösser, Schutzzauber, Bandkreise, Pentagramme und allerlei Arkanen Scheiß neben fetten Türen um den ganzen Kram einzupacken. Es gibt keinerlei Licht und keinerlei Geräusch, das Ding ist komplett scheißisoliert und das ist jetzt interessant, ein Custodes verhält sich zu dem Space Marine ja wie ein Space Marine zu einem Guardsman. Ja. Und Custodes haben keine Angst. Nicht mal im, als die von Chaos die Mond umringt werden und so, nein. Manchmal haben sie vielleicht Bedenken, dass sie ihre Pflicht nicht erfüllen können, aber die Atmosphäre alleine da unten macht die Custodes nervös. Oh. Ja. Es ist jetzt auch so, dass du da nicht so einfach reinkommst. Also wenn du ein Shadowkeeper werden willst, musst du dich tatsächlich vier Prüfungen stellen, also die besonders wichtig sind. Riechst du hier ein, musst du bestehen, meine Prüfungen. Genau. Und jede dieser Prüfungen ist ein Insasse der dunklen Zellen, könnte man sagen. Oh Gott. Ja, unter anderem ist es zum Beispiel der Seelengräber, das ist ein Dämon des Cinge. Und um seine Prüfung zu bestehen, muss der potenzielle neue Wächter ein Tag und eine Nacht lang, ohne mit der Wimper zu zucken, in die neuen Augen des Dämons starren. Also, das ist so, also ich sag mal so, ich seh's mal so, man würde diese Prüfungen nicht machen, wenn die jeder Custode schafft. Das lass ich jetzt mal so stehen. Alter, das ist halt harter SCP-Shit. Ja, ja. Dann gibt es die Acht der Schädels oder die Acht Schädel genannt, auch eingeschwert, ist ein Dämon des Coren und um die Prüfung der Schädel zu bestehen, muss der potenzielle neue Wächter den Dämon besiegen, ohne seine gesamten Waffen oder seine Power-Rustung zu nutzen. Also, ein nackter Custodes gegen den Dämon und so wie es ein bisschen klingt in der Erzählung, ist das wohl ein Blattblätter. Oh! Also geht noch. Dann gibt es noch das siebenfache Triasma. Das ist ein Dämon des Nurgels. Ja, und um gegen das Triasma anzukommen und Triasma ist ja klar, weil das, guck mal auf das Symbol Nurgels, das sind so drei so eine Kreise, ne? Also alles drei. Ja, das ist eine Lieblingszahl ist alles drei. Ja, und deswegen musst du drei Stunden lang die Dämon des Dämon einatmen, ohne um Hilfe zu bitten. Oh! Dann gibt es noch den Erfüller aller sechs Wünsche. Das ist ein Dämon des Slanisch. Und um gegen ihn zu bestehen, musst du in der Lage sein, einen ganzen Tag lang und eine ganze Nacht ihm zuzuhören, ohne zu brechen. Und jetzt könnte man sich mal eine Frage stellen. Ähm, Dämonen, also, nur mal so, in der Seed of Terra konnten Dämonen nicht auf Terra existieren, anfangs, wegen dem Bann des Imperators, ne? Mhm. Diese vier aber schon. Wir wissen durch die Schlacht am Löwentor, dass Dämonen, wenn's richtig scheiße geht, doch auf Terra landen können. Aber, wann können Dämonen im Realraum nur existieren, Max? Na, wenn die Verbindung, also die, oder wohl eher die Trennwand zwischen Warp und Realraum sehr dünn oder nicht vorhanden ist. Genau. Also, was zur Hölle ist da unten in den schwarzen Zähnen, dass diese vier Dämonen da die ganze Zeit existieren können? Warum verpuffen die nicht irgendwann? Weil besessen sind's nicht. Mhm. Ja. Richtig super. Ähm, ach, jetzt weiß ich, was ich noch suchen wollte. Ach, verdammt. Also, denn das Ding ist folgendes, nicht alle, die dort unten sind, haben, ähm, naja, sowas wie einen Herzschlag. Also, alles, was da unten eingeschlossen ist, äh, ist super fucking gefährlich. Okay, man findet wirklich gar nichts dazu. Aber im Kodex 9. Edition steht, nicht alle Gefangenen sind am Leben, aber alle haben Anima. Was zum Fick Anima jetzt wieder ist. Und dazu gibt es nichts online. Also, es gibt, ich hatte es vorhin mal aufgemacht, es gibt die Kikorixus, Kikorixus, Bäh, Sikorixus Anima. Äh, das ist so ein Titanteil, ähm, aber das hat damit nichts zu tun. Und wie das ein bisschen, also, das klingt so ein bisschen wie magische Energie, halt, zumindest. Ähm, ja, richtig super. Einige von diesen Dingern sind entkommen und werden von den Shadowkeepern gejagt. Was gibt's denn da jetzt so? Also, es gibt den schlängenden Träumer, K wurde umgelegt. Dann gibt's das, den schwarzen Perifat von Rai Ta Yi. Dann gibt es Subjekt 11, was extrem für mich nach zumindest dem Körper des elften Primarchen klingt. Mhm. Dann gibt es It That Craves, also es, das sich sehnt. One of the fell, also, ne, also wirklich einer der Fell, also, oder Felle, keine Ahnung. Äh, Fell, ähm, das heißt so was wie bösartig. Tja, gute Frage, was das jetzt hier im Kontext bedeutet. One of the fell. Ähm, das Tree Blight Amulett, Klage der Unvernunft, der Käfig von Wexen, von dem wissen wir mal wieder, was es ist, das ist ein psionischer Verstärker, wenn man den aufsetzt und Psyoniker ist, ist man instant in der Lage, Tausende zu versklaven. Stell dir mal vor, wenn du so ein Ding mal Magnus aufsetzen würdest. Oh Gott. Äh, Funfact, auch Technologie, die die Imperial Fists gekriegt haben, um an der Phalanx ein bisschen rumzuschrauben beziehungsweise die wieder in Betrieb zu nehmen. Oh, schön. Ähm, den Trauer, schriftlich Kummer von Caracalla, das Ding ist je nach Quelle vorher drin gewesen oder, dass die andere Sache wurde Ende M41 wieder gefangen genommen und eingeschwert. Also entweder war es bereits mal in den Zellen und ist entkommen, was ja hin und wieder mal vorkommt, oder sie haben es halt eingesackt, weil sie, also die Shadowkeeper sind bis heute in der Galaxis unterwegs und wenn sie was Gefährliches finden, dann sperren sie es ein. Also was, was sie sich umlegen können. Ähm, dann gibt es noch den Kelch aus dunklem Alabaster, das ist wohl eine der gefährlichsten Artefakte und während die Custodes das Ding angegriffen, äh, während die Custodes den Palast verteidigt haben zusammen mit den Spacebrings von Gulliman während der Schlacht vom Löwentor wurde das Ding gestohlen und seine Wächter waren tot. Und der Custodes Arian Purius ist dem Ding gefolgt bis zum Mahlstrom. Ja, da hatten es die Astral Claws, also auch die roten Corsaren. Also könnte man sagen, Huron Schwarzherz hat jetzt eins der fucking gefährlichsten Artefakte des Imperators. Gegen wen er das wohl noch nutzen wird? Ähm, denn der Custodes greift halt diese Verräter an, weil eins gegen Hunderte, warum nicht? Und, äh, die kriegen Schiss vor ihm und springen in den Mahlstrom. Was halt? Ich sage nur, all I am surrounded by is fear and dead man. Dead man. Genau. Ja. Und, äh, so eine gute Szene. Und es gibt halt diesen großen Riss ja dann und, ja, die ganze Galaxis ist geteilt, alles ist furchtbar und der Custodes denkt sich bett und springt in den Scheißriss. Hinterher! Stell dir das mal vor, du springst halt mit so einem Chaos-Raumschiff in den Riss, bist gerade in den Custodes und kommst dir, puh, hörst du so einen Klopf und drehst dich um und siehst diesen Custodes so am Ende deines Schiffs so baumeln, so, aah, da würde ich auch sterben. Ja. Ja. Ähm, soviel zu den Dark Cells. Es gibt noch andere, ähm, also es gibt auch noch, es gab auch noch mal den Schwarzstein, das war eine, äh, ein Gefängnis auf Terra, was halt ganz, ganz viele Psyoniker eingeknastert hatte und es gab auch noch ein anderes Gefängnis, ähm, wo die ganzen Typen waren, die, äh, während des dunklen Zeits als Technologie und so stunk gemacht haben, also die Herren der Allnacht und so, aber das wurde alles zerstört während der Belagerung von Terra. Ja, aber es gibt im Sollsystem noch ein weiteres Labyrinth, könnte man sagen, genau wie die schwarzen Zellen nehme ich das sogenannte Noctis-Labyrinth oder auch Noctis-Labyrinthus und das ist eine Region zwischen Valis-Marenis und dem Tarsus-Hochland auf dem Mars und bedeutet übersetzt Labyrinth der Nacht. Ähm, was ist denn da jetzt? Naja, ist eine richtig einladende Gegend, also die Region besteht aus Schluchten und Tälern, ähm, die das Ganze wie ein natürliches Labyrinth wirken lassen. An manchen Stellen ist das Gelände sehr unwegsam, es gibt immer wieder Erdrutsche und Steinschläge, auch sinkt das manchmal einfach ab, das gesamte Land und erzeugt so Spalten und Dolinen, also eine Sinkhöhle, das ist so eine Art Schacht. Und man geht jetzt davon aus, dass dieses ganze Labyrinth jetzt nicht so mega zufällig entstanden ist, sondern durch die erste Besiedlung des Mars im Dark Edge of Technology stattfand und da halt als eine Bergbauregion erschlossen wurde. Und es gibt einen riesigen Minenkomplex direkt unter dem Labyrinth, aber der wurde wegen des Krieges der Säuberung, also als sich auf dem Mars richtig krasse Bürgerkriege stattfanden und wir wissen ja aus der Timeline-Folge, der Mars war mal grün, danach war er es nicht mehr, ja, und der Minenkomplex war auch nicht mehr so das Grüne vom Mars, könnte man sagen, denn, ja, der wurde verseucht, aufgegeben und, um einen deutschen Säger mal zu zitieren, er war so schön verstrahlt. Ja, erst diese Kontamination, die dort herrscht, gilt für Fleisch und Kybernetik nicht, denn, das ist tatsächlich gelogen, der ganze Scheiß ist nicht verseucht und verstrahlt, das ist nämlich eine Lüge, die in Umlauf gebracht wurde, um dafür zu sorgen, dass sich irgendwelche Tech-Attackten da nicht runterwagen, denn dort unten soll es angeblich noch Architek geben, unter anderem ist Arkenland da ein paar Mal runtergelaufen, ja, das ist der Entdecker des Landradars und er fand dort unten auch sein Ende beziehungsweise wurde nie wieder gesehen. Man hat auch öfter mal versucht, dort eine Forge City, also Schmiedestadt zu bauen, ja, die litt immer unter krassen technischen Problemen und irgendwann wurden alle Siedlungsversuche dort eingestellt und das Labyrinth wird komplett aufgegeben. Die Necrons haben mal versucht, den Mars anzugreifen und wurden natürlich von den kompletten Verteidigungsmaßnahmen geschreddert, aber ein paar haben es geschafft, in der Nähe vom Noctis-Labyrinth zu landen. Warum jetzt? Naja, das liegt daran, dass es einen Schläfer gibt und ein paar Quellen des Marses wissen es wohl, ein paar nicht, also ein Großteil nicht, nämlich unter dem Labyrinth schläft Magladroth, der Drache oder auch der Leerendrache und der wird bewacht von einer Wächterin des Drachen, einem terranischen Mädchen namens Daila Sirentia und einem alten Skitari namens Romu31 und der Berater mochte die drei so gerne, dass er ihnen Unsterblichkeit verlangte und sie zu verlangte, verlieh und sie zu fucking Perpetuals machte. Einfach so mit dem Fingerschnippen, ja, ihr seid erst unsterblich, viel Spaß mit der Ewigkeit. Fun Fact, sie waren aber, also die erste Wächterin, also das ist aber nicht der erste Wächter des Drachen, sondern zu dem könnte man eigentlich nochmal ein kleines Video auf YouTube machen, die wurde halt auf jeden Fall ausgetauscht, die hat den letzten abgewehrt, äh, abgewehrt, abgelöst, sorry, bisschen durch, wir machen ein, zwei schmerzhafte Wunden noch ein bisschen zu schaffen, das ist keine Metapher, ich bin übergestürzt. Ja, und soviel zum Noctis-Labyrinth, es ist, was ich interessant finde ist, dass der Drache ja wohl anscheinend im Mars eingekerkert wurde, um den Mars zu technisieren, aber dass alle, die über ihm eine Schmiedestadt bauen, man müsste ja eigentlich denken, umso näher ran in das Teil, umso besser, also dass das alles kaputt macht, weißt du? Mhm. Und ich denke tatsächlich auch, dass ein, also das wird nicht der gesamte Drache sein, aber ich denke, das ist tatsächlich sein größter Teil, also zwei Drittel, könnte ich mir vorstellen. Ich habe mich ja mit den Kratan schon mal beschäftigt und da gibt es ja doch eine ganze Menge, die noch irgendwo rumstecken, aber so wie es klingt, denke ich, das ist so gut zwei Drittel von ihm. Es gibt ja noch Drachensplitter dort draußen, so einige wenige, aber das, wie das so alles beschrieben wird, wirkt das Ding zu mächtig, weil der Drache ist ja weniger ein Lebewesen, sondern mehr ein Konzept. Also als mal jemand in diese Höhle von ihm kommt, wird halt beschrieben, dass der Drache die Höhle ist und die Höhle ist der Drache, so nach dem Motto. Mhm. Also das Konzept von ihm ist größer, als dass wir es verstehen und begreifen könnten. Für mehr dafür gern auf YouTube. Ja. Und das sind mal drei gruselige Labyrinthe und Tresore des Imperiums, Noctis Labyrinth, Case of Hell und Black Cells, wo jede Menge gruseliger Scheiß weggepackt ist und wenn man sich auf die Suche beginnt, findet man bestimmt noch mehr und ich sag mal so, wer mal so fragt, ja gehen euch nicht mal die Themen aus. Uns nicht und GW noch lange nicht. Immer wenn die wollen, können die irgendeine Scheiß aus diesen Dingern rausziehen. Ich wollte gerade sagen, da wird einfach unten das Labyrinth mal kurz aufgemacht, dann kommt da irgendwas raus und dann haben wir wieder Themen. Ja, plus auch zum Case of Hell muss ich halt noch sagen, es gibt, das ist so insane, also es gibt eine, also es gibt ja eine Vision, die passiert ist, dass Ferros Manus ein psionisches Echo nochmal auf Medusa erschienen ist, als der Imperator verwundet wurde. Das ergibt auch Sinn. Er wurde von Horus zurückgeholt in der Siege of Terror. Was für ein Horus? Ja, das erkläre ich in der Iron Hands Folge mal und ich weiß nicht, ob es dann Gugnius war oder jemand anderes oder er selbst, aber einer von beiden hat auf jeden Fall mal eine kurze Vision, dass Ferros von dem Necrodermus komplett bedeckt wird. Okay. Ja, und naja, also ich glaube, der Gurgone kommt auf jeden Fall noch zurück, also gerade in der Siege of Terror kriegt er nochmal Massive Lore und wird nochmal ein bisschen krasser ausgeschrieben, also da auf einmal ist er in der Lage, den Warp auseinander zu reißen, was schon mächtig ist. Jau. Jaja, also ich glaube, in den Case of Hell ist noch so einiges drin und ich finde halt, das klingt zumindest so, das ist, also die Case of Hell und Fulgrim ist für mich, oh mein Gott, was ist, wenn der Ort zu dem Fulgrim will, ein Versteck, der Case of Hell ist. Und da ist irgendwas drin, was er haben will. Ich meine, das ist theoretisch, neben dem Fulgrim-Plot das einzig Interessante, was die Ironhands hätten und es wäre der einzige Grund, warum der Ironhands Orden sich wie irre irgendwo hin aufmacht, weil da irgendwas eingeschlossen ist. Hm, ja, könnte Sinn ergeben. Könnte. Ja, könnte. Vielleicht ist auch alles Quatsch. Naja, egal. Ich würde mal sagen, Leute, mit anderthalb Stunden, mit einer kürzeren Neujahrsfolge sind wir jetzt auch mal wieder am Ende unserer kleinen Reise angelangt. Ja. Und würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr habt was dazugelernt und falls ihr jetzt richtig, richtig krass Bock habt, uns mal zu unterstützen oder jetzt Miniaturen bemalt, weil viele von euch sitzen ja gerade da und du denkst dir jetzt so, ey, ich könnte jetzt noch was gebrauchen, ich bräuchte jetzt vielleicht noch einen Pinsel oder Man of Iron, den gibt's ja als Miniaturen, dann schaut gerne mal bei unserem Affiliate-Link vorbei, der ist natürlich hier auf YouTube in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, ja, oder Max, falls ihr Bock auf Sonderfolgen habt, wo geht ihr da hin? Ja, da kommt ihr zu Steady, Steady ist quasi das, ähm, ja, deutsche Patreon, dort könnt ihr uns 4, 4,50 im Monat schon unterstützen, damit bekommt ihr einmal pro Monat eine Sonderfolge und ihr kriegt Zugang auf unseren legendären Discord-Server, auf dem mittlerweile eine ganze Menge passiert, eine ganze Menge rumtheoretisiert wird, also dort findet ihr von irgendwelchen bekloppten Theorien über bekloppte Menschen bis hin zu coolen Miniaturen, die Leute angemalt haben, findet ihr alles, auch irgendwelche Gaming-Gründchen, ich bin letztes Mal aus Versehen in eine Pen & Paper-Runde reingestolpert, also, ja, es gibt eine ganze Menge da, natürlich müsst ihr auch nicht euch dort beteiligen, ihr könnt auch einfach lurken, das mach ich eigentlich der meisten Zeit. Bitte? Und mich einfach anbeten. Ja, richtig, betet den Deusilianus an. Ja, auf jeden Fall. Oder den, dunklen Avatar. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ihr es bis hierher geschafft habt und diese irren Leute, die jetzt nach der Werbung immer noch da sind, kriegt ihr jetzt eine Aufgabe, schreibt mal unter diese Folge als Kommentar oder auf Spotify als Kommentar, auf YouTube oder unter den Instagram einfach mal Case of Hell. Dann wissen wir nämlich, wer ist cool von euch und wer ist im Club der letzten Minuten. Das ist großartig, du hörst ja noch diese Scheiß-Werbung an und dann musst du noch irgendeinen Kommentar schreiben, Alter, würde mir schon wieder stinken. Da ist schon kein Bock mehr drauf. Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, jetzt reicht es. Ja, richtig. Südradominatus. Ciao. Tschau. Bis zum nächsten Mal.